In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr Tastenkürzel für CapCut festlegen könnt. Dadurch kann man schneller und effektiver seine Videos schneiden. Wichtig hierbei zu beachten ist, wenn ihr ein Video wie zum Beispiel dieses hier anschaut und ich sage, drückt die Taste STRG und V und ihr habt das Ganze bei euch geändert, dann müsst ihr natürlich schauen, unter welchem Tastenbefehl diese Aktion bei euch vorhanden ist. Also, wie kann man nun Tastenkürzel ändern? Dafür müssen wir uns ein neues Projekt erstellen oder in ein vorhandenes Projekt einmal reingehen. Und hier haben wir dann oben rechts auf der Seite den Menüpunkt Kurzbefehl. So, und bei diesem Kurzbefehl kann ich jetzt hier viele verschiedene Aktionen auf gewisse Tasten festlegen. Als kleines Beispiel, wir können jetzt einfach mal hier irgendwelche Bilder reinladen und diese dann hier in unsere Timeline reinziehen. So, und jetzt habe ich hier zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier ein paar Clips markiere, mit der Tastenkombination STRG und G, diese hier zu gruppieren. Und wenn ich oben rechts auf den Kurzbefehl draufklicke, sehe ich hier, Gruppieren ist der Befehl STRG und die Taste G. Anders wiederum habe ich jetzt hier Startpunkt Endpunkt mit der Taste I und O. Und damit kann ich dann einfach hier einen Startpunkt und einen Endpunkt festlegen, den ich gerne exportieren möchte. Das ist auch sehr, sehr spannend, wenn ich jetzt hier nicht die komplette Timeline exportieren möchte, sondern wenn ich hier nur eine gewisse Stelle am Ende des Tages gerne exportiert haben möchte. Wenn es darum geht, mir viel Zeit bei meinen Videoprojekten zu sparen, dann komme ich nicht um die Software von ReCut rum. ReCut ist eine wunderbare Software, um automatisch die Pausen in meinen Videos rauszuschneiden. Diese Software ist nicht nur mit DaVinci Resolve kompatibel, sondern auch mit vielen weiteren Programmen. Und das Beste kommt jetzt noch, denn das ist hier kein Abo-Modell, sondern ihr bezahlt einmalig 89 Dollar und habt diese wunderbare Software für immer und ewig. Meiner Meinung nach für jeden Cutter ein absolutes Muss. Zu ReCut gelangst du unten in der Videobeschreibung über den ersten Link. Was ich hier auch belegen kann mit solchen Tastenbefehlen, sind hier diese Werkzeuge. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf die Schnelle auf ein Werkzeug gelangen möchte, dann kann ich jetzt hier auch zum Beispiel sagen, bei den Kurzbefehlen, dass ich hier diesen Trennmodus auf einer anderen Taste festlegen möchte. Dafür klicke ich einmal hier rein, kann dann zum Beispiel die Taste C drücken. Dadurch würde ich dann hier den Trennmodus mit der Taste C aufrufen. Aber auch solche Sachen, wie zum Beispiel das Video abspielen, kann ich hier bei dem Player hier auf der Space-Taste umstellen. Normalerweise hat man das aber so gut wie bei jedem Videoschnittprogramm auf der Space-Taste, dass ich damit das Video abspielen kann, aber auch wieder pausieren kann. Da müsst ihr euch einfach so ein bisschen Gedanken darüber machen, wenn ihr ein paar Videos auch schon mal geschnitten habt. Was brauche ich denn hier wirklich an Kurzbefehlen und was brauche ich nicht? Denn ihr werdet immer wieder merken, dass ihr gewisse Aktionen, Werkzeuge oder sonstige Dinge immer wieder benötigt. Und da wäre es doch gut, wenn man anstatt hier oben immer reinzugehen und dieses Werkzeug auszuwählen oder diese Aktion, dass man dann einfach eine Taste drückt und damit dann hier direkt hier zu diesem Werkzeug bzw. hier zu dieser Aktion gelangt. Dadurch werdet ihr euch am Ende des Tages unglaublich viel Zeit sparen. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, hier sich ein bisschen darüber Gedanken zu machen, wie man diese Kurzbefehle denn genau festlegen möchte. Aber keine Sorge, ihr könnt auch jederzeit hier diese ganzen Shortcuts wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Schaut euch am besten einfach so ein bisschen was an. Und wie gesagt, wenn ihr ein paar Projekte geschnitten habt, dann werdet ihr ganz schnell merken, was ihr immer wieder benötigt. Könnt euch das dann hier einmal raussuchen und dann hier den jeweiligen Shortcut für euch anpassen. Zum Beispiel hier der Shortcut exportieren, STRG und E ist mir vielleicht so ein bisschen zu kompliziert. Vielleicht kann man da auch einfach nur eine Taste festlegen, damit ich dann hier so gesehen eine Taste drücke und sofort gelange ich hier in das Menü zum Exportieren, damit ich dann am Ende des Tages hier mein Projekt auf meinem Computer abspeichern kann. Ist auf jeden Fall deutlich flexibler, wie wenn ich jetzt hier oben mit der Maus immer wieder auf exportieren klicken muss. Das kostet natürlich auch alles wieder wertvolle Zeit. Gerade am Anfang werdet ihr vielleicht Probleme haben, euch diese ganzen Befehle zu merken. Aber keine Sorge, bei vielen dieser Aktionen hier zum Beispiel, wenn ihr da mit der Maus draufklickt, seht ihr auch schon hier, steht dahinter immer wieder ein Shortcut. Oder wenn ich jetzt hier mit einem Rechtsklick draufgehe, seht ihr auch hier zum Beispiel für Kopie, für Löschen, steht hier immer wieder der Shortcut dahinter. Und so kann ich mir das dann mit der Zeit einprägen. Ich kann mir das natürlich aber auch rausschreiben. Also gerade so die wichtigsten Dinge, die ich wirklich benötige und auch wirklich vertiefen möchte, die schreibe ich mir einfach auf einen Zettel. Wie zum Beispiel sagen wir jetzt einfach mal hier den Punkt Löschen. Dann kann ich auf den Zettel zum Beispiel schreiben Löschen. Mit der Löschen-Taste, also hier mit der Backspace-Taste, kann dann diesen Zettel neben mich legen. Und jedes Mal, wenn ich nicht weiß, wie genau da nochmal der Shortcut dafür war, kann ich mir diesen Zettel schnappen, sehe dann, aha, das war hier die Backspace-Taste und somit kann ich das dann auch mit der Zeit immer besser und besser vertiefen. Rechts auf der Seite findest du jetzt auch noch eine CapCut-Playliste mit vielen weiteren tollen Tutorials.